Was kann man da hinten sehen? Jetzt gucken wir uns doch. Das ist so großartig. Nein, keine Ahnung, wie die heißen. Waschmaschinen. Das ist natürlich das Gefühl, da war dann was im Ordnungs. Genau. Die haben es halt so. Wieder ein aufzunehmen. Die haben so eine Rüge. Die haben die Flügel. Die haben die Flügel. Die Flügel. Gibt es die eine? Oh, die haben die Zähne. Mh, gut. Mh, gut. Mh, gut. Es ist so großartig. Die haben die Flügel. Das ist so großartig. Wie ist das? Die flügel. Das ist ein Pferd. Wir sehen uns ein Pferd. Pferd. Wir sehen uns ein Pferd. Das ist ein Pferd. Das kommt mir wieder hoch. Das ist ein Pferd. Das sind auch schicke Freunde, ziemlich groß.